So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Und ja, ich bin immer noch nackt, das heißt, ich schwitze immer noch komplett. Fieber, raus, schwitzen, alles hin und her, immer noch krank, angeschlagen, aber ich hoffe, zum Ende der Woche wird das besser. Das nächste Event wurde aber angekündigt, das heißt, dieses Infovideo konkurriert wieder mit der Premiere, die ich 20 Uhr habe. Ich werde es aber direkt nach der Premiere dann einfach veröffentlichen. Modische Pokémon erwarten euch bei der diesjährigen Fashion Week. Fashion Week ist ja jetzt jedes Jahr so traditionell, kann man sich immer wieder darauf freuen, dass eine Yendik jedem Pokémon da eine Mütze aufsetzt und euch das als was Tolles verkauft und ihr dann vielleicht noch ganz viel Geld bezahlt. Dass ihr das Shiny, was ihr schon habt, jetzt als Shiny mit Mütze brüten könnt vielleicht und dafür halt 100 Brutmaschinen kauft und eine Yendik reich macht. Das ist richtig cool. So, was haben wir jetzt aber auf dem Bild? Ich meine, dieses Felino sieht auf jeden Fall richtig genial aus. Mit der Mütze, muss ich sagen. Auch Morlord mit der Mütze, das steht ihm. Dragoran mit der Brille, das ist so ein freundliches, nettes, tolles Pokémon. Und mit dieser Fliege noch, das gefällt mir eigentlich. Molly Morba ist da unten noch. Molly Morba gab es bis jetzt noch nicht als Shiny, oder? Molly Morba mit Kostüm, was es ja wohl da hat. Weil es hat ja hier auch eine Fliege sozusagen. Das ist wieder so unscheinbar. Solche Pokémon hasse ich ja. Wie Smetbo mit der Fliege, hasse ich ja. Komplett. Das ist unscheinbar, das ist da unten aber. Das heißt, wenn es jetzt als Shiny mit Kostüm released wird, wird es nach dem Event weiterhin als Shiny verfügbar sein. Nur halt ohne Kostüm. Wir hatten das schon mal mit Elezeba. Das hat ja hier so eine Krawatte da gehabt. Und das konnte man nicht entwickeln, weil es ein Kostüm-Pokémon war. Nachdem das Event um war, konntet ihr Elezeba Shiny finden. Ohne Krawatte. Was dann auch entwickelbar war. Ich musste das also im Event kriegen. Und nach dem Event noch zweimal, dass ihr die Familie voll habt und alles. Und ihr kennt ja das Prozedere. Was steht jetzt aber hier alles Lustiges dabei? Die Fashion Week. Fashion Week 23. Vom Mittwoch, dem 15. November. Das ist also genau in einer Woche. 10 Uhr. Bis Sonntag, den 19. November. 20 Uhr. Pokémon-Debüts. Neue, kostümierte Pokémon erscheinen während des Events. Warum steht jetzt hier nichts von Molly Moaba? Molly Moaba gab es doch noch nicht. Shiny. Und auch nicht mit Kostüm. Und das müsste doch jetzt neu mit Kostüm als Shiny kommen oder nicht. Warum steht das jetzt hier nicht mehr drauf? Dragoran mit stylischem Look. Felino mit stylischem Look. Und Morlord mit stylischem Look. Das Morlord kriegt ihr aber dann nur über die Entwicklung. Steht deswegen auch extra dabei, dass ihr das mit 50 Bonbons entwickeln könnt. Event-Event-Bonie. Rabatt auf ausgewählte Avatar-Artikel während der Fashion Week. Also ihr gebt nicht so viel Geld aus, wie normal. Doppelte Fang-Bonbons. Erhöhte Chance auf XL-Bonbons. Beim Fangen von Pokémon für Trainer ab Level 31. Das ist eigentlich, weiß ich nicht, sehr unspektakulär von den Boni her, sage ich mal. Kostenpflichtige befristete Forschung. Für zwei US-Dollar gibt es wieder eine befristete Forschung. Also wer da jemandem wieder ein Ticket schenken möchte oder so, kann das gerne tun. Für den Abschluss begegnet ihr verschiedenen kostümierten Pokémon und erhaltet zwei Premium-Kampfpässe. Das heißt, für zwei, sagen wir mal Euro, für zwei Euro kriegt ihr zwei Raid-Pässe. Das ist es ja eigentlich schon wert, sich zu kaufen, um die gerade ist Pokémon abzusahnen. Und da hat man bestimmt noch EP und Staub und alles. Klingt zwar jetzt erstmal nicht so vorteilhaft, aber wenn ich jetzt mir zwei Raid-Pässe einzeln kaufe, bezahle ich jeweils einen Euro, also zwei Euro. Und da habe ich eine Forschung, da kriege ich zwei Raid-Pässe im Wert von zwei Euro, indem ich zwei Euro bezahle, aber dann noch ein paar Pokémon-Begegnungen habe, aus der Forschung mit Mindest-IV, was halt irgendwo dann doch ein bisschen rentabel wieder ist. Werden die meisten aber nicht so sehen. Wilde Pokémon, die folgenden wilden Pokémon erscheinen häufiger. Darüber hinaus könnt ihr mit etwas Glück zum ersten Mal schillernden Mollimore bei Pokémon GO begegnen. Wir haben ein sommerliches Pikachu, Dicta mit stylischem Look, Felino, Glibungel, Mollimore, Quabbel, Quaf-Waf, Gastella mit etwas Glück, auch Absol mit stylischem Look und Quabbel. Jetzt haben die hier, das beim Absol zumindest sehe ich, da fehlt noch der stylische Look. Absol hat auch eine fette Sonnenbrille aufgehabt. Das hat auch hier keine Sonnenbrille auf, oder? Absol mit Sonnenbrille war auf jeden Fall immer richtig genial. So, was fehlt euch da sonst noch? Also ich muss ehrlich sagen, für mich ist da eigentlich nichts dabei, was mich gerade anspricht. So ein Felino mit Mütze, wie so ein kleiner Gangster. Okay, ich finde es sogar Glibungel hässlich mit dem Cabby. Das erinnert mich an mich, wenn ich rumlaufe. Deswegen lieber so ein Felino in Angedenken an Isbo, weil er ja so ein Felino-Mensch ist. Also der lebt noch, weil er ein Felino-Mensch ist. Nicht wahr? Nicht mal in Angedenken. Felino mit Mütze, das findet er bestimmt cool. Da eins fangen und Isbo nennen. Das wäre auf jeden Fall jetzt schon mal mein Ziel. Was wäre davon jetzt noch nützlich? Weiß ich nicht. Nix. Absol hat nochmal eine Mega-Entwicklung. Quabbel für die GBL vielleicht sich was holen. Gastella ist in der GBL, glaube ich, auch nutzbar. Ist auch das einzigste Pokémon, was hier aufgelistet ist, was nicht shiny sein kann. Während alles andere hier shiny sein kann von den Wilden. Aber Wild, wie gesagt, ist jetzt nicht so der Brecher dabei für mich. Raids der Stufe 1. Dicta, Felino, Sneebel, Quaff-Waff. Quaff-Waff? Näh. Sneebel mit stylischem Look. Wer das noch nicht hat, sieht aus wie Leon der Profi. Also Jean Reno. Das ist auf jeden Fall cool. Obwohl ich das shiny schon wieder mit dem Kostüm hässlich finde. Aber das so einmal mit Brille und Hut. Okay. Da würde ich vielleicht sogar mal eine Stufe 1er-Raid machen, um das einfach in die Sammlung aufzunehmen. Und hoffen, dass es nicht shiny wird. So, Felino, Wildfang, genau. Raids der Stufe 3. Absol, Kirlia, Dragoran, Smetbow. Jetzt bin ich von hinten nach vorne gegangen. Kirlia seht ihr das Kostüm nicht. Absol auch nicht. Smetbow auch nicht. Ist überall vergessen worden hier drauf. Aber Dragoran, das könnt ihr nicht brüten, das könnt ihr nicht entwickeln, da könnt ihr gar nichts mit machen. Das müsstet ihr jetzt, also früher hätte ich das so gemacht mit dem Main, 100.000 Raids gemacht mit Dragoran. Bis das schillernd aus dem 3er-Raid kommt mit Kostüm, grün und hingekotzt. Jetzt würde ich glaube ich trotzdem in der Zeit, ich weiß gerade gar nicht, welcher Raid-Boss dann da ist, ich würde wahrscheinlich Daily Pass in Dragoran stecken. Einfach, weil ich das Ding cool finde, weil ich jedes dann versuche mit gelber Beere zu fangen oder silberner, um Bonbons von Dragoran zu bekommen, um ein paar Dragoran, die ich so habe, noch ein bisschen zu pushen. Dragoran für mich ist einfach ein gutes Pokémon, ein sehr cooles Pokémon Generation 1. Legendäre auf dem Free-to-Play-Account kann ich mir eh schenken, also brauche ich nicht. Da wird nichts mehr bei rumkommen, ich versuche alles jetzt ohne Legendäre irgendwie zu machen. Ist für mich also Dragoran von den Raids irgendwie das Interessanteste. Eier werde ich auch komplett einen Bogen drum machen. Sommerliches Pichu, Felino, Kossila, Scheinux, Molimorba. Ja, wenn euch da noch was fehlt, macht es halt voll. Äh, mir fehlt jetzt alles und ich werde auch nicht mehr sammeln, das Zeug. Pokémon bei Feldforschungen, Smetbo, Dicta, Felino, Kirlia. Hier ist das Kostüm plötzlich angezeichnet. Beim Smetbo sogar auch. Scheinux, ja. Elezeber, das seht ihr, was ich vorhin gemeint habe hier mit dieser Krawatte, was es da dran hat. Also ihr kriegt gefühlt wirklich alle Kostümierten, die es in den vergangenen Fashion Weeks gab, jetzt nochmal. Wer damals was verpasst hat, muss nicht traurig sein, kann das jetzt nachholen. Sammlerherausforderungen, es wird eine Sammlerherausforderung geben, gab es glaube ich auch schon lange nicht mehr. Wo ihr am Ende auch einen Dragoran bekommt, in diesem stylischen Look, plus EP, plus Staub. Es gibt neue Avatar-Artikel, ihr könnt euch hier kleiden, wie Moby Tess mit Oberteilhose-Schuhe, wie Zytomega mit Oberteilstiefel. Eine Jeansjacke mit Kapuze und eine Jeanshose. Es wird Pogestop-Showcases geben mit Monimorba und Gastella. So, für mich auf jeden Fall Highlights, die Dragoran-Raids, das wird mein Ziel sein. Und mal so ein kleines süßes Felino und vielleicht auch Morlord mal mitnehmen. Ich habe jetzt ein Felino, das heißt Ismo, aber ich werde das dann austauschen und einfach das Felino mit Mütze nehmen und dann Ismo nehmen. Das ist bestimmt richtig cool. So, wie findet ihr die Fashion Week? Habt ihr Bock auf die Fashion Week? Was sind eure Ziele zur Fashion Week? Schreibt es mir rein. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer schwitzender Ramses. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.